dieser mercedes benz a 170 steht hier zum verkauf der schwarze kleinwagen ist fünftürig und bietet platz für vier personen der kilometerstand des wagens liegt bei weniger als 83.000 kilometern die erst anmeldung war anfang 2006 der kleinwagen verfügt über zahlreiche ausstattungs details wie elektrische fensterheber abs esp tempomat regelsensor und vieles mehr das schaltgetriebe überträgt eine leistung von 116 ps der angegebene verbrauch des benziners liegt bei 6,6 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir beantworten gerne ihre fragen bis zum nächsten Mal